Der Pitch kommt zum Einsatz, wenn der Spieler nur noch wenige Meter vom Grün entfernt ist, der Ball aber in Relation zur Länge des Ballfluges nicht viel Platz zum Rollen hat. Wieder sucht sich Jonathan einen Landepunkt auf dem Grün. Wenige Meter vor dem Loch und nimmt die Ansprechposition ausgerichtet in Richtung dieses Landepunktes ein. Wieder stellt er seine Füße etwas enger zusammen, wenn auch nicht ganz so eng wie beim Chip. Er stellt seinen linken Fuß etwa 6 cm zurück und seinen rechten Fuß 3 cm nach vorne, während er seine Schultern parallel in Richtung Ziel ausgerichtet lässt, baut er so den X-Faktor auf. Bei diesem Schlag liegt sein Gewicht etwa zu 60% auf seinem linken Fuß und zu 40% auf seinem rechten. Das Gewicht wird beim Pitch normalerweise verlagert. Beim Pitch ist eine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit erforderlich, um den gewünschten Backspin zu erzeugen. Ich setze also wieder meine Handgelenke ein, um den Katapult-Effekt zu erzeugen. Auch wenn der Schwung der gleiche wie beim normalen Golfschwung ist, winkle ich meine Handgelenke beim Pitch schneller ab als beim normalen Schwung. Er kontrolliert die Richtung mit seinen Schultern und die Länge mit der Länge und der Geschwindigkeit seines Rückschwunges. Wie beim Chip ist die Länge des Durchschwungs abhängig von der Länge der Ausholbewegung. Je länger der Rückschwung ist, desto mehr Energie hat der Schläger nach dem Treffmoment. Achten Sie darauf, dass Sie den Schläger beim Pitchen nicht zu fest greifen. Gerade beim Abschwung. Nach einem derart abrupten Winkeln der Handgelenke herrscht im Abschwung oftmals eine hohe Spannung in den Handgelenken, die im schlimmsten Fall einen Schenk hervorruft, bei dem der Ball nicht mit dem Schlägerblatt, sondern der Schaftsohle getroffen wird und somit nach rechts geht.